Die Menschheit befindet sich in einer Zeit großer Umbrüche und Übergänge. Zahlreiche Menschen sind an diesen Umbrüchen beteiligt. Der philippinische Soziologe, Umweltaktivist und alternative Nobelpreisträger Nicanor Perlas hat ein wunderbares Bild für diese Zeit gefunden. Der Wandlungsprozess einer Raupe zum Schmetterling. Wenn sich eine Raupe in ihren Kokon einspinnt, vollziehen sich parallel zwei Prozesse. Einerseits beginnen Enzyme damit, die Zellstruktur des Wurms aufzulösen. Andererseits entstehen parallel zu diesem Zerfall neue Zellen, die sich von den Zellen des Wurms massiv unterscheiden. Sie schwingen sozusagen in einer anderen Frequenz als der Rest des Raupenkörpers. Wissenschaftler nennen diese neuen Zellen imaginativ oder imago-Zellen, weil sie bereits die Strukturen und Informationen des Schmetterlings enthalten, der sich in der Zukunft bilden soll. Diese Zellen repräsentieren also so etwas wie eine Zukunft, die schon in der Gegenwart enthalten ist und nach Entfaltung strebt. Und je mehr das alte biologische System krisenhafte Zerfallsstrukturen zeigt, desto wirksamer und zahlreicher werden die imago-Zellen. Der Raupenkörper behandelt diese Zellen wie eine Art Antikörper und versucht alles, um sie zu vernichten. Das Immunsystem des Körpers wird aktiviert, der etwas Körperfremdes zu bekämpfen versucht. Dabei entstehen diese neuen Zellen aber aus dem alten Körper. Nur gehen sie in ihrer Art über das alte System und seine Ordnung hinaus. Also unterliegt das Immunsystem einem Missverständnis, wenn es das Neue, was sich da andeutet, für einen Fremdkörper hält und es unterdrücken, töten und verschlingen will. Und tatsächlich gelingt es dem Immunsystem häufig, diese erste Generation von imago-Zellen zu eliminieren. Das verändert aber nichts an den Zerfallsprozessen im verpuppten Wurm, die weitergehen. Die neuen imago-Zellen tauchen weiter auf und werden immer mehr. Schon bald kann das Immunsystem der Raupe diese Zellen nicht mehr schnell genug vernichten. So überleben immer mehr der imago-Zellen diese Angriffe. Neuere Forschungen verweisen sogar darauf, dass imago-Zellen der zweiten Generation, die angegriffen werden, ihrerseits die Immunzellen infizieren, selber imago-Zellen hervorzubringen. Also geht es im Kern um einen Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen. Während also Teile des Alten buchstäblich sterben, wird nach und nach die Zukunft geboren. Die Biologin Nori Huddle hat Erstaunliches beobachtet. Die bis dahin ziemlich einsamen imago-Zellen, die isoliert in einer feindlichen Umgebung lebten, beginnen sich in kleinen Gruppen zu verklumpen. Dabei schwingen sie auf einer ähnlichen Ebene und beginnen von Zelle zu Zelle Informationen miteinander auszutauschen. Dann, nach einer Weile, passiert wieder etwas höchst Erstaunliches. Diese Klumpen von imago-Zellen beginnen, Gruppen und regelrechte Netzwerke zu bilden. Sie formen lange Fäden von verklumpten imago-Zellen, die in der gleichen Frequenz schwingen und nun in größerem Maßstab miteinander innerhalb der verpuppten Larve Informationen austauschen. Dann, an einem bestimmten Punkt, scheint dieser lange Faden von imago-Zellen plötzlich zu begreifen, dass er etwas ist. Etwas anderes als die Raupe. Etwas Neues. Mit der Erkenntnis einer eigenen Identität verwandelt die neue Zellstruktur den alten Raupenkörper von innen. Diese Erkenntnis ist die eigentliche Geburt des Schmetterlings. Denn damit kann jetzt jede Schmetterlingszelle ihre eigene Aufgabe übernehmen. Für jede der neuen Zellen ist etwas zu tun. Alle sind wichtig. Und jede Zelle beginnt das zu tun, wo es sie am meisten hinzieht. Und alle anderen Zellen unterstützen sie darin, genau das zu tun. Das ist die perfekte Methode der Natur, einen Schmetterling zu erschaffen. Und ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Schmetterlingsbewegung aufzubauen ist. Und ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Schmetterlinge ist.